Auf geht's! BSV! 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 Moin! Hier ist GoBSV TV und heute spreche ich mal selber. Mache ich sonst nicht so gerne, aber heute mache ich das mal. Vielleicht auch öfters. Und das mache ich gerade über das Telefon. Das hört sich natürlich nicht so gut an. Da gibt es vielleicht bald noch ein Mikrofon. Wollen wir mal schauen. Und ja, die Woche war sehr turbulent. Ja, wir haben mal wieder einen neuen Trainer. Der Verein möchte neue Impulse setzen. Ob das so geklappt hat, bin ich mir nicht sicher. Man hat 2 zu 0 gegen Flensburg verloren. Und die zweite hat 7 zu 1 gegen Hoja verloren. Ja, also das ist auch nicht so glücklich gelaufen. Und dementsprechend muss man sich fragen, ob das alles zielführend ist. Man versucht natürlich alles, den Abstieg aus der Regionalliga zu vermeiden. Aber derzeit sieht es danach aus. Naja, jetzt haben wir erstmal wieder einen neuen Trainer. Und müssen schauen, wie es weitergeht. Dennoch geht es weiter. Und am Ostersamstag, wenn man ihn so nennen will, spielen wir im Landespokal Niedersachsen um den Einzug ins Finale gegen Lüneburg, auch Regionalliga Nord. Und ich hoffe, da kommen doch eine Menge Leute, dass ihr dabei seid. Denn die Spieler haben es verdient. Die können für die ganze Sache nichts. Es gab ja ein gutes Interview in der Kreiszeitung, wo über die ganze Problematik gesprochen wurde von Victor Pickrol. Und ich denke, er hat Recht. Also, macht euch auf den Weg. Es geht Samstag, denke ich mal, um alles oder nichts. Und dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht. Also, ich bin mit dabei. Und ich hoffe ihr auch. Und wir sehen uns Samstag. Bis dann.